Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schon Wilhelm Busch hat gemeint, dass man sich sehr viel Mühe geben sollte mit dem lieben Federbein. Weil man eben dann und wann einen Braten essen kann. Und die grillfertigen, tiefgekühlten Goldstar-Boulet sind ausgezeichnet mit diesem Segel für höchste Qualität. Sie sind aus Bodenhaltung und Luftgekühl. Wie wäre es jetzt also mit einem festlichen Boulet-Rezept für die Oster? Hier eine kleine Anregung. Boulet Goldstar Flambe mit viel Gemüse und viel Gewürz. Das Rezept steht morgen in der Go-Zeitung. Und jetzt habe ich Ihnen noch einen nützlichen Tipp. Tauen Sie die tiefgekühlten Boulet immer langsam auf. Am besten über die Nacht im Kühlschrank. Und hier nochmal ein Vorschlag. Nebst dem Salz und dem typischen Boulet-Gewürz kann man gefiedelte Zwiebeln, Sellerie und Tomaten ins Boulet hinein geben. Eine andere Goldstar-Spezialität ist der mehr frisch tiefgekühlte Fisch. Zum Beispiel die beliebten Goldstar-Fischstix. Einfach Öl in die Pfanne und nach 5 Minuten sind sie auch so schön goldbrün. Goldstar-Fischstix. Fix fertig, paniert und ohne Gröt. Und ich möchte Ihnen jetzt gerade einmal zeigen, was Gob alles unternimmt, damit Sie so ein Päckchen Goldstar-Fischstix mehr frisch aus dem Tiefkühler fischen können. Hier auf hoher See bei Norwegen sind Schiffe unterwegs zu den grossen Fischgründen. Der Fang wird an Bord mit Eis gekühlt, dann wird sofort Kurs aufs Land genommen, wo die Fische im Tiefkühlbetrieb entgrätet, filetiert und dann bei minus 40 Grad tiefgekühlt werden. Und dann sorgt Gob für den schnellen Transport per Schiff, Bahn, Kühlkamin bis in die Tiefkühler von Ihrem Gobladen. So bleibt die natürliche Frischung und der hohe Nährwert vom Fisch voll erhalten. Sie sehen also, Gob sorgt für die Qualität der Goldstar-Tiefkühlprodukte. Gerade jetzt läuft eine Grossaktion mit fünf Angeboten. Achtet Sie jetzt also auf die Plakate an der Gob-Show-Fester. So, das wäre es für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Und empfehlen Ihnen noch die Aktionen, die jetzt gerade kommen. Avela Strumpfosen sind jetzt besonders günstig. Avela Classic, 2 Bar 93. Avela Ideal, 2 Bar 44. Avela Charme, 2 Bar 650. Und Avela Belleform, 2 Bar 97. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Gob ein Trio-Pack Knorr-Aromat, 2,30. Drei mal drei Portionen Knorr-Stocki, 2,60. Zwei Dosen extra feine Äpfel und Rüebli, Midi Gastronom, 3 Franken. Eine Dose Gemüseplatte mit Eierschwemmli, Midi Gastronom, 2,30. Ein Liter Coca-Cola, 90 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. 200 Gramm Nescafé Gold statt 11,80, 9,90. Und koffeinfrei statt 13,50, 10,90. 300 Gramm Schwarzwälder Roulade, 3 Franken. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!